die leute und haben jetzt eine weitere runde hat zusammen mit marcus wir spielen ranket die garten der ängste in kürze beginnt der kreis viel besser aus seit langem wieder renner dem ich auch schon ein bisschen höher der will wie man im gold skin und der spinne zieht dem war ich meine zeit lang ziemlich gut wir schauen ob es immer noch so ist die tore öffnen sich in zehn sekunden immer für komplett verschiedene teams die anderen haben so ein scheiß last hit team mit serratul und illidan und die damen sind direkt hier dann weg von mir Das ist natürlich ne schöne Sache, wenn wir direkt in die Dampf hütten. Das war's, hallo. Was muss, das muss. Na, come on. Helden, schon bald ist es Nacht. Oh, Indidan. Oh. Indidan ist voll der Sucker. Ja. Wenn wir jetzt noch eine Lilly mit dabei haben, dann können wir hier richtig gerdeln gehen. Oh, Indidan ist voll der Sucker. 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 Oh, wir haben wieder einen getratet. Schön. Ja. Schönes Ding. Nice. Hier sind hier die Bosse auf der Map. Hier ist voll der Sucker. Hier ist voll der Sucker. Brauchen wir das andere Garten-Ungeheuer eigentlich noch. Ja, ich muss nicht nur mit 10. Genau. Hier ist schnell. Holger Drehmann. Was neighbourhood hat sich voll der? Jesus hat ironisket Geord. Jesus hat eine Levit sat usa. Hier sinkman wirklich nichts zu, also einmal steht. Geräusche Er wirkt mein Ungeheuer zum Leben Wette dich Ja ähm, verschwinden wir von hier Euer Ungeheuer Ich würde mich an eurer Stelle wachen Gehen einmal Löcher Hört sich gut an Ausgezeichnet Das Ungeheuer wird auf dem Gegner den Lebenssaft entziehen. Oh, da ist er drin. Und hier. Die Sau geht mir gehörig auf die Nerven. Ja, es scheint so, als könnte ich mit Rayna noch umgehen. Zumindest kannst du grad nicht sofort über die Tropale anstellen. Vor allem grad beim Turm in unserer Zerstörung ist Rayna halt geil, weil ich alle unsere Angriffe beschleunigen kann. Von allen Leuten, die um mich rumstehen. Da ist wieder ein unsichtbarer... Da kann man mit aufhören. Ich hab kein Adal noch nie gesehen. Euer Ungeheuer ist nur noch komplex. Bitte. Danke. Ich geh noch mal zurück. Wir sollten dieses Feltnerlager eingeben. Da. Das könnte gut werden. Wir sollten uns dieses Feltnerlager zur Brust nehmen. Raiders! Die Nacht ist angebrochen. Ich liebe den Anblick. Äh, gehen wir alle runter. Der muss. Fünf Sekunden des Nachtges sollten... ...Milli verstärken. Es ist so weit Es ist so weit Das muss man tun Oh no Du kannst auf mich zählen. Das ist mongomäßig jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, ich würde da oben. Oh mein Gott. 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 Oh ja das geht nochmal weg. Wohlgemacht, Kale! So macht man das! Euer Ungeheuer wurde getriebt! Haller schafft's, oder? Euer Vorwolle zerstört! Ob darüber gerade waschen wir? Okay! Verteidigen! Willste Zeit in die entgegengesetzte Richtung vorzubekommen? Sicher! Ich wär jetzt hier drauf! Weil der Ungeheuer ist schon down! Exzellent! Das gegnerische Ungeheuer ist nun nichts weiter als verdorrte Blätter! In Ordnung! Hört sich gut an! Wir sollten uns dieses Sölderlager zur Brust nehmen! Was muss? Das muss! Ha! Und hält nichts mehr auf! Alter! Was war das für ne Mega-Kombo von Dale! Bald werden sich die Unkrautler wieder erheben! Alter! Die ziehen sich grad alle! Oh! 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 Und sammelt ihre Samen! Aber klar doch! Vorherlegend! Nein! Fick dich doch! Oh! Er rappt mich wahrscheinlich auch doch! Ilidad ist einfach zu heftig! Meoh! Alter what the fuck! Boah! Oh, das ist mega hart. Oh, das ist ja auch gegen den Gaslow. Euer Lebenslicht ist erlotscht! Raiders! Raider! Für meine Kinder! Und mir hat man gesagt, ihr hättet was drauf! Er hat so jetzt von mir den Healer weggeholt. Achtung! Hier war doch Heider! Ja, das ist weg! Schon bald wird das Garten ungeheuer euch gehören! Ha! Hier ist es ungeheuer wartet! Komm und holt euch seine Macht! Yes, sauber! Für den Moment ist es fordern, aber ihr solltet euch nicht ausruhen! Worauf wartet ihr? Kein Ungeheuer lebt ewig! Da! Euer Ungeheuer ist zum Leben! Alter, die holt sich die ganze Zeit alle diese Dinger! Erntet mit ihnen die Leichen eurer Gegner! Da! 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 Boah, ich lag gerade über den Spot. Nice. Was? Oh, yes. Ja, ich glaube, mein Fisch hat es gerade gemacht, würde ich sagen, ne? Wie ein Ungeheuer das ganze Spiel dreht. What the fuck? Nice! Woohoo! Da war gar kein Spiel. Und? Es war auch ausgeglichen bis zum Schluss. Ja. Die haben sogar wieder aufgeholt, nachdem sie in der Zeit lang hinten lagen. Ja, die hatten eine über uns sogar. Ja, und dann auf einmal kam Rainer mit so einem scheiß Ungeheuer an und hat gedacht, Fickt euch ins Knie, ihr Bitches. Sauerstieg. Ja, ich auch. Hang 38. Aber Rainer sieht schon geil aus in einem Goldanzug. Hat schon echt was, muss ich sagen. Na ja, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal in einer weiteren Folge von Hotz oder Whatever. Und bis dahin, Servus und Ciao. Da lüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü